Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute eben in einem neuen Video in der Reihe zu den besten Spielern auf einer bestimmten Position im Draft 2022. Heute sind wir hier mit den Linebackern. Wurde letztes Mal gefragt. Als kleine Vorwarnung, ich glaube, die nächsten Videos werde ich alle selber entscheiden, wer wann wie wo kommt, auf welcher Position. Ich versuche alle durchzukriegen, denn der Support unter den letzten Videos war sehr schön, hat mich gefreut. Also wie gesagt, aufrufmäßig jetzt nicht ausgerastet, aber ist mir irgendwo auch egal. Aber es haben viele Leute geschrieben, dass es ihre Lieblingsserie ist und ich soll das doch unbedingt für jede Position machen. Deswegen versuche ich das auf jeden Fall. Wir haben heute fünf Linebacker im Video. Das war sehr, sehr schwer, einen Cut zu finden, denn ich finde, der deutlichste Cut bei den Linebackern für mich persönlich ist hinter den Top 3. Danach ist erstmal ein kleiner Abfall. Für viele Leute ist es nach den Top 2 schon die Lücke. Aber wie gesagt, bei mir Top 3. Und dahinter ist dann nie wirklich eine krasse Lücke. Das ist immer so, ja, der ist ein bisschen besser als der, als der. Dann sind drei auf einem Level. Und deswegen, ich hätte auch irgendwie neun reinnehmen können oder so. Und dahinter wäre immer noch einer gewesen, wo ich sage, ja, der Unterschied zwischen dem neunten und zehnten ist jetzt nicht so groß. Da muss ich den zehnten eigentlich noch mit reinnehmen und sowas. Habe mich deswegen für fünf entschieden. Die fünf oder die sechs Linebacker, die es gerade so nicht reingeschafft haben, die aber definitiv im nächsten Level irgendwo gekommen wären, sind in keiner spezifischen Reihenfolge. Kawhi Walker aus Georgia, genauso wie Channing Tindle aus Georgia. Dann Damon Clark aus LSU, der leider sein ganzes Rookie ja nicht spielen können wird. Leo Chanel aus Wisconsin. Troy Anderson aus Montana State. Und Jesse Lucada aus Penn State. Und für alle nochmal, ich habe das gesehen von The Zone. Und ja, ich werde mich da bewerben. Die Frist ist, wenn ich das richtig gelesen habe, 1.5. Man muss da auch ein Beispiel kommentieren und einreichen und was über sich erzählen und sowas. Aber das spielt mir natürlich genau in die Karten, weil ich mich ja sowieso initiativ bewerben wollte. Und ja, da würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn es klappt. Ich werde mich auf jeden Fall bewerben und dann liegt es in deren Hand. Mal gucken, was dann da am Ende bei rauskommt. Aber ich habe schon viele Kommentare gesehen auf Twitter und auf Instagram und sowas, die unter dem Beitrag dann alle mich verlinkt haben. Also ja, Schaudert dafür. Vielen Dank. Meine Nummer 5 ist Brian Asamoah aus Oklahoma. 6 Fuß groß, 226 Pfund. Ich habe letztes Mal schon erklärt, ich werde bei den Ami-Werten bleiben. Einfach, weil das immer die ersten Werte sind, die man kriegt, wenn es um NFL-Spieler geht. Und deswegen ist es am einfachsten, die so untereinander zu vergleichen, finde ich persönlich. Wenn ihr es euch umrechnen wollt, nochmal. 6 Fuß groß und 226 Pfund schwer. Ist beim Kommen meine 4, 5, 6 gelaufen. Damit die 9 schnellste Zeit. Aber bevor ich bei allen Leuten immer die Zeit sage und sowas. Alle waren so schnell. Gerade wirklich die Linebacker. Also sowieso alle war ja schon oder wurde ja auch schon besprochen, dass der Kommen immer schneller wird. Und auf allen Positionen und dadada. Die Ad-Rusher sind natürlich auch mies schnell gelaufen. Alle. Aber die Linebacker haben mich wirklich komplett weggefetzt. Da waren jetzt welche. Wir werden gleich noch drauf kommen, welche, die in den 4, 6ern laufen. Die nur auf einmal die 16 oder 19 oder 20 schnellste Zeit haben von den Linebackern. Und 4, 6 für einen Linebacker ist einfach wirklich super schnell. Also 4, 5, 6 ist sehr, sehr, ja doch ist sehr, sehr schnell. Auch wenn jetzt die 9 beste Zeit nicht so überragend klingt. Aber glaubt mir, das ist sehr, sehr schnell. Das ist auch der erste große Pluspunkt für Brian Asamoa. 6 Fuß ist jetzt nicht die typische NFL-Linebacker-Größe. Ist vielleicht ein Ticken am kleineren Ende. Aber ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich bin auch bei Linebackern generell nie so der, der wirklich auf die Größe guckt. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass ich selber nicht so groß bin. Und dementsprechend die Größe für mich immer so ein bisschen überbewertet wird. Bei anderen Leuten oder bei sehr, sehr vielen NFL-Teams ist die Größe gerade für einen Linebacker wirklich sehr, sehr wichtig. Hat einmal was damit zu tun, dass du halt leichter über Leute rübergucken kannst und sowas. Dass du einen besseren Überblick hast. Zweitens was damit zu tun, dass es schwerer ist, dich zu überwerfen für einen Quarterback natürlich. Und drittens, mit Größe kommt ja meistens auch Gewicht. Falls du dann in die O-Line mal ran musst oder ein O-Liner am zweiten Level, ist es natürlich auch leichter, den zu nehmen. So. Oder fürs generelle Tacklen, ne? Wie gesagt, für mich persönlich nicht so wichtig. Super athletisch, Sideline-to-Sideline extrem gut. Und das ist das, was die NFL oder die moderne NFL von einem Linebacker auf jeden Fall verlangt. Gerade von einem Off-Ball-Linebacker. Ich glaube, dass es für ihn am besten wäre, wenn er nicht extrem viel lesen muss, sondern wenn er einen einfachen Read hat. Das heißt, wenn du von deinen Linebacker nicht allzu viel Read and React verlangst, sondern viel Key, Eins und Go. Das heißt, du hast einen Read, wenn der hinhaut, dann machst du das, wenn der nicht hinhaut, machst du das. Viele solche Sachen. Denn dann kann er seine Athletik halt auch komplett ausnutzen. Denn bei vielen Athleten, denen es nicht so einfach fällt, wie jetzt diesen absoluten Ausnahmeteiligten wie Luke Kigli und was weiß ich, ein Play zu lesen, die werden dadurch teilweise gelähmt. Und die können dann ihre Athletik nicht so wirklich ausnutzen und nicht ausleben. Das heißt, sie sind zwar theoretisch wirklich super Athleten, aber auf dem Feld sehen sie am Ende gar nicht so krass aus. Weil sie einfach diese, was weiß ich, Zehntelsekunde länger brauchen, um Sachen zu erkennen. Und das ist in der NFL schon super, super viel. Und dann sind sie am Ende trotzdem den Schritt zu spät und sehen dann dadurch ein bisschen langsamer aus vielleicht. Also wenn du solchen Athleten die Freiheit gibst, wirklich einfach zu reagieren auf das, was sie sehen und das auch hinhaut im Scheme, sage ich mal, dann benutzt du die meiner Meinung nach in ihrem vollen Potenzial. Und ich denke, Brian Asamoah sollte Glück haben oder wird hoffentlich Glück haben und in so einer Rolle landen. Und dann wird er auch eine erfolgreiche NFL-Karriere haben und vor allem auch vermutlich relativ schnell, relativ durchstarten. Gegen den Laufstark im Passing-Game, wie gesagt, manchmal ein bisschen zu unschlüssig. Aber ansonsten, er hat immer kompletten Effort und wie gesagt, ist ein moderner Linebacker, was du brauchst heutzutage in der NFL. Dementsprechend Brian Asamoah, je nachdem, wie der fit ist, denke ich, sollte eine sehr, sehr gute Rookie-Saison haben und dann auch weiter gut funktionieren. Ich denke, der wird in der zweiten, spätestens in der dritten Runde gedraftet werden. Es kommt natürlich darauf an, wann der erste Linebacker geht. Wenn der erste Linebacker schon in Richtung 10 geht, dann beeilen sich die Teams dahinter, dann auf den zweiten Linebacker zu kommen, dann rutscht das alles ein bisschen vor. Wenn der erste Linebacker zum Beispiel erst Ende der ersten Runde geht, dann kann es passieren, dass Brian Asamoah auf einmal in die dritte rutscht. Aber ich denke, er sollte in der zweiten irgendwo gepickt werden. Nächste Linebacker auf meiner Liste ist Chad Moomer aus Wyoming, 6'3 und 2'39 Pfund. Ist eine 4'6'3 gelaufen, damit der 14 schnellste Linebacker. Aber wie eben erwähnt, das ist am Ende auch nur 400 langsamer als ein Brian Asamoah und dafür halt dann nochmal die 3 Inches größer. Beziehungsweise 2'5 oder irgend sowas, aber ist auch relativ egal. Auf jeden Fall, Chad Moomer für mich der Erste und da bin ich nicht unbedingt alleine, aber es gibt wenig Leute, die ich gesehen habe, die so hoch auf ihm sind wie ich. Denn ich denke, der ist der Erste auf meiner Liste und damit sage ich quasi die Top 4, könnten es alle machen. Der Erste auf meiner Liste, der den Green Dot direkt als Rookie tragen könnte. Was ist der Green Dot? Green Dot ist übersetzt einfach nur grüner Punkt. Und das ist wirklich so einfach, wie es klingt. Die Leute, die den Green Dot haben, haben hinten auf dem Helm meistens, Moment mal ganz kurz, hinten auf dem Helm, meistens hier irgendwo oder auch ein Stück weit da oben, was auch immer, wirklich einfach nur grüner Punkt. Der ist vielleicht so groß wie hier das Luftloch, falls man das so nennen kann. Und der darf, wie gesagt, nur von einem in der Offense und von einem in der Defense getragen werden. Für uns logischerweise auf deutschem Level und sowas nicht so wirklich wichtig, weil wir keinen Funk haben im Helm. Aber in der NFL zum Beispiel bedeutet das, das sind die, die das Radio quasi im Helm haben. Das heißt, das sind die, die den Play Call meistens von draußen reinkriegen und den dann weitergeben an die restliche Defense. In unserem Beispiel Defense. Offensiv ist es natürlich eigentlich immer der Quarterback. Deswegen seht ihr auch immer die Quarterbacks mit diesem grünen Punkt hinten auf dem Helm. Falls euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Das heißt, wenn man über irgendjemanden redet und sagt, er ist der Green Dot, also er ist der grüne Punkt, dann heißt es einfach nur nicht Recycling, sondern er ist der, der dieses Signal kriegt und der, der quasi der Steuermann der Offense oder Steuermann der Defense ist, um das jetzt ein bisschen komisch zu beschreiben. Und ich denke, Chad Mummer hat da definitiv Potenzial für das als Rookie zu machen. Denn er wirkte definitiv so, als hätte er immer einen Plan davon, was die ganze Defense machen soll, was die gegnerische Offense macht. Also es wirkte so, als wäre er immer im Tape drin gewesen. Der war nie wirklich out of position. Den siehst du häufig kurz vorm Snap. Wenn die Offense noch irgendein Audible gibt oder sowas, dann seinen Leuten sagen, was wir machen müssen. Irgendwelche Alerts und sowas. Und wie gesagt, der ist halt nie wirklich out of position gewesen. Der ist immer da gewesen, wo er sein musste. Und das ist was, was ich sehr, sehr wichtig finde. Noch dazu ein Athlet, noch dazu perfekt von der Größe und sowas her. Oder, ich sag mal, nicht zu groß, aber das ist auf jeden Fall schon am oberen Ende. Das ist eine sehr, sehr gute Größe. Das ist nicht einfach nur groß genug. Es ist groß und gut quasi. Groß und gut. Aber ja. Bei Wyoming ist natürlich ein bisschen das Problem, dass er jetzt nicht die krasseste Competition gehabt hat. Das heißt, ich hätte ihn zum Beispiel gerne in der SEC spielen sehen ein Jahr. Deswegen wäre ich da auch gar nicht irgendwie sauer gewesen, wenn er getransfert hätte oder so. Aber eigentlich finde ich es schon immer cool, wenn man bei dem College bleibt, wo man hingekommen ist als Freshman. Ist gegen den Lauf gut, sehr instinktiv. Das heißt, er checkt, in welche Gap er muss. Instinktiv ist manchmal gefährlich, weil es leicht überinstinktiv sein kann. Wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, das ist ein lateraler Laufen, wie heißt das, ein seitlicher Lauf. Dass man dann als Linebacker denkt, okay, ich muss außen rum und dann bist du aus deiner Lücke weg. Und dann gibt es ein Cutback und deine Lücke ist weit offen. Das ist aber Gott sei Dank nicht der Fall bei ihm. Das heißt, er ist instinktiv und gleichzeitig diszipliniert in seiner Gap Integrity. Über Gap Integrity haben wir auch schon häufig geredet. Das heißt, dass du wirklich für die Lücke verantwortlich bist, für die du verantwortlich sein sollst. Und auch da drin bleibst, geduldig, wenn irgendwelche Rollouts gespielt werden oder sowas. Dann ist er auch nicht direkt horizontal der Line hinterher, sondern er bleibt und weiß, okay, wenn der Quarterback sich rausdreht, dann bin ich dafür zuständig. Habe ich gerade gegen Boise, glaube ich, ein Beispiel im Kopf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Boise war, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es dieses hässliche blaue Feld war. Auch auf jeden Fall hat er da ein paar gute Beispiele gehabt. Also sehr diszipliniert. Das ist auch wieder das, was ich meine mit nie out of position. Er ist nie irgendwo, wo er nicht sein soll. Hat Plays gemacht im Passing Game. Mehrere Interceptions gefangen, auch welche, die wirklich sehr, sehr gut sind. Von wegen hier mit dem Reed mitgegangen, okay, der ist raus aus meiner Zone. Wer kommt rein in meine Zone? Zack, drunter Ball gefangen, Pick 6. Also das ist sehr, sehr stark. Und wie gesagt, ich denke, er kann direkt der Linebacker Nummer 1 sein in der Defense. Und ich denke, er könnte auch direkt den Green dort haben. Natürlich ist er nicht in seinem ersten Jahr dann direkt ein Bobby Wagner oder was. Das sage ich überhaupt nicht. Aber ich denke, er kann bei allen drei Downs auf dem Feld sein. Und das ist halt was, was ich von dem Green dort immer will, dass er, wenn er nicht verletzt ist, immer auf dem Feld ist. Er kann gegen das Running Game absolut mithalten. Er kann Pullen und Guard nehmen. Blitzer auf jeden Fall mehr als genug, um dafür benutzt zu werden. Im Passing Game ist er da. Also ja, das gefällt mir. Mein Nummer 3 Spieler ist Devin Lloyd aus Utah. 6 Fuß, 3, 2, 37. Also fast genau die gleichen Werte wie Chad Moomer. Eben, ob er noch ein bisschen anders verteilt, wenn man sich die Körper anguckt. Er ist nur 4, 6, 6 gelaufen. Damit 16. Linebacker im Draft. Der Langsamste, den wir auf der Liste haben. Mit so einem kleinen Sternchen hinter. Aber wie gesagt, ist trotzdem sehr, sehr schnell. Trotzdem unglaublicher Athlet. Und bei vielen Leuten ist er der Nummer 1 Linebacker. Unter anderem bei Daniel Jeremiah, beim Draft Network auch. Ich glaube, bei Bucky Brooks auch. Bei vielen Leuten, wie gesagt, Nummer 1 Linebacker. Und bei mir tatsächlich nur auf 3 gewesen am Ende. Hat auch wieder so ein Mittelding an Rollen. Das heißt, er ist ein Off-Ball-Linebacker gewesen bei Utah. Und gleichzeitig auch jemand, der an der Line sich aufgestellt hat als mehr oder weniger Edge. Das ist was, was wir jetzt gerade letztes Jahr viel gesehen haben von Micah Parsons in der NFL zum Beispiel. Kam theoretisch rein als Off-Ball-Linebacker. Hat dann teilweise wirklich eine Zeit lang nur gerusht. Und das ist was, was manche Teams sehr gut finden. Weil du ihn dann versatile anwenden kannst. Also vielfältig einfach nur. Bei anderen Teams ist es so ein bisschen, ja, was machst du denn jetzt? Bist du jetzt irgendwie ein Edge-Linebacker? Bist du ein Off-Ball-Linebacker? Was machst du? Bist du Inside? Bist du Outside? Bist du Outside? Ich persönlich, oder mich stört das eigentlich gar nicht so sehr. Also das ist nicht der Grund, dass er auf 3 ist. Ich vermisse manchmal ein bisschen, kommen wir erstmal zu den Sachen, die er gut macht. Er ist definitiv einsetzbar als Blitzer. Er ist, oder seine Athletik zeigt sich, wenn er Zone-Drops hat. Also er kommt sehr, sehr schnell in den Bereich, wo er hin muss. Und reagiert dann auf alles Mögliche. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie überfordert ist mit irgendwas, was er machen muss. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er nicht so krass viel machen musste bei Utah als Linebacker im Vergleich zu den anderen beiden, auf die wir gleich kommen werden noch. Die ich unter anderem auch deswegen höher habe als ihn. Im Running Game ist er auf jeden Fall fähig. Jetzt die kleinen, wirklich winzigen Fehler, die ich gefunden habe. Und deswegen, ich sage es ja, nach 3 ist bei mir ein kleiner Drop-Off. Also die Top 3 Linebacker sind bei mir alle sehr, sehr nah beieinander. Er hat manchmal, meiner Meinung nach, die Tendenz, im Run Game, wenn er 1 gegen 1 gegen einen O-Liner ist, zu aufrecht zu sein und willentlich zurückzuweichen, um den Abstand zu wahren. Zuerst mal als Linebacker, wenn du 1-1 gegen einen O-Liner bist, das ist sowieso gerade im Run Game ein Matchup, was du eigentlich nicht gewinnen sollst. Eigentlich ist da schon der Vorteil deutlich beim O-Liner. Deswegen, wie gesagt, es ist keine große rote Flagge oder sowas, sondern nur ein bisschen was, was mir aufgefallen ist beim Scouten. Das mit dem Abstand halten zum O-Liner, das ist auch irgendwo logisch. Denn du willst halt nicht, dass der O-Liner dich nimmt, dass er dich dann hier am Pad hat. Weil mit dem Gewichtsunterschied, den man als Linebacker gegen die meisten O-Liner haben wird, gerade in der NFL, der drückt dich halt hin, wo er dich hindrücken will. Oder er schmeißt dich auf den Hintern und ist dann auf dir drauf. Oder er schmeißt dich auf den Hintern im dümmsten Fall und ist dann beim Safety oder so. Deswegen ist es irgendwo verständlich. Aber das Problem ist bei Devin Lloyd häufig gewesen, was ich gesehen habe, dass er zurückweicht und zurückweicht und zurückweicht und wartet, bis er den Running Back dann irgendwo langkommt und dann versucht zu reagieren. An sich cool, aber wenn du dann 5-6 Yards zurückweichst, dann kannst du das Tackle auch 5-6 Yards weiter hinten machen. Normalerweise, was ein Linebacker in dem Fall machen sollte, ist, Block aufnehmen und bereit sein, den Block zu shedden in die Richtung, wo dann der Running Back langkommt. Wie gesagt, es ist super, super schwer, sowas zu verlangen und es ist nichts, was theoretisch, wo man ihm jetzt einen krassen Vorwurf machen muss und sagen, ey, das musst du machen, das musst du gewinnen gegen den O-Liner und so weiter. Aber das wäre quasi das Idealszenario. Oder zu Not, committen und auf einer Seite am O-Liner vorbei und hoffen, dass du dann schnell genug bist, dahinter zu recoveren und den Running Back zu holen. Aber das ist auch was, was, glaube ich, nicht perfekt ist. Dementsprechend ist das das eine, was ich gesehen habe. Und das andere, was mir aufgefallen ist, ist häufig, dass er beim Blitzen ein bisschen planlos wirkt. Das heißt, häufig gewinnt er sozusagen den ersten Kontakt und ein O-Liner hat es von mir aus erst ein bisschen spät gemerkt oder was. Und der crasht mit 5 Yards Anlauf komplett in den O-Liner ran. Und der O-Liner ist dann so ein bisschen weiter nach hinten und dann ist manchmal vorbei gewesen. So, und ich habe das Gefühl, ihm fehlt manchmal ein bisschen der Plan für, okay, was mache ich danach. So, ich bin in den O-Liner rein, ich habe den ersten Kontakt gewonnen und jetzt. So, aber das ist was, was auch definitiv fixbar ist. Und wie gesagt, einfach durch die Athletik, die er zeigt, definitiv First Round, würde ich sagen. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn ich die ganzen Mock-Drafts angucke, dass er der erste Linebacker ist, der gedraftet werden wird. Aufgrund seiner Größe, weil er deutlich größer ist als die anderen beiden Linebacker, die ich vor ihm habe. Und wie gesagt, diese Größe ist den meisten anderen Leuten deutlich wichtiger als mir. Dementsprechend bei mir nur auf 3 und bei den meisten anderen Leuten auf 1. Das, was er meiner Meinung nach am besten macht, ist in einem, oder gegen Zone-Run-Scheme. So, wenn die quasi, das habe ich schon häufig gesagt, wenn die ganze O-Line sich dann horizontal bewegt und du versuchst, die Defense mit horizontal zu bewegen. Ganz, ganz häufig seht ihr da Highlights von Devin Lloyd, wo er dann einfach eine Lücke findet in der O-Line und vertikal durchsetzt und dann den Running Back umhaut, bevor der überhaupt einen Cut machen kann und sowas. Das ist das, was er am besten macht. Wie gesagt, eigentlich safer First Round Pick. Meine Nummer 2 auf der Liste ist Christian Harris aus Alabama. 6 Fuß groß, 2,26 Pfund, also genau die gleichen Maße, wie Brian Asamoah vorhin hatte. Allerdings ein Ticken schneller und zwar ist er eine 4-4-4 gelaufen. Damit zweitschnellster Linebacker beim Combine gewesen. Wirklich 4-4 als Linebacker ist crazy. Der athletische Hintergrund zeigt das aber auch, dass es schon immer so war und dass er jetzt quasi mehr oder weniger zufällig Linebacker ist, beziehungsweise hat er natürlich auch einen Frame dafür. High School, ich glaube, Cornerback gewesen. Auf jeden Fall auch Offense gespielt. Ich weiß nicht, ob Receiver oder Tight End theoretisch, also relativ egal in der High School. Also ja, da sieht man auf jeden Fall, dass er das Potenzial dafür hat, das athletische Potenzial. Bei Alabama sehr, sehr viel machen müssen, weil Alabama nie wirklich ein einfaches Konzept spielt defensiv. Beziehungsweise sie spielen nicht viele verschiedene Sachen, aber das, was sie spielen, hat immer mehrere Reads involved. Hat mehrere verschiedene, mehrere Audible sozusagen, mehrere Wechsel, mehrere Alerts oder sowas gegen verschiedene Fronts, gegen Motion. Wird das dann teilweise wirklich kompliziert und das hat er extrem gut gemacht. Meiner Meinung nach viel gespielt bei Bama. Und ihr wisst, bei Bama ist es so, wenn du ein paar Fehler machst, bist du raus. Denn dann ist direkt der Nächste hinter dir, der auch irgendwie ein Vier- oder Fünf-Sterne-Recruit war. Deswegen kannst du dir da Fehler nicht wirklich erlauben. Super diszipliniert. Der größte Fehler, den ich bei Christian Heresy, ist ein bisschen der gleiche, bloß vielleicht einen Tick mehr, den ich eben bei Devin Lloyd erwähnt hatte. Wenn er blitzt und oder wenn er einen Lauf schnell diagnostiziert und in die Line crashen will, da fehlt der Plan. So häufig ist er dann im O-Liner drin und dann bleibt er da halt irgendwo. Und der O-Liner hat ihn unter Kontrolle. Da würde ich mir wünschen, dass er noch ein bisschen mehr kommt. Aber wir sehen auch schon an der Größe, das ist jetzt nicht unbedingt das, was er am besten machen wird. Das heißt, ähnlich wie bei Brian Asamoah, denke ich, ist es am besten für ihn, wenn er in ein System kommt, wo er nicht extrem viel lesen muss, sondern in ein System, wo die D-Line quasi dafür verantwortlich ist, die O-Line zu besetzen, belegen, was auch immer, beschäftigt zu halten, sodass die Linebacker dahinter frei roamen können und quasi nur reagieren müssen auf Sachen und sich dann nicht noch mit O-Linern rumärgern müssen. Das, denke ich, wäre das beste System für ihn. Ansonsten kann er auch meiner Meinung nach direkt von Anfang an auf dem Feld bleiben, bei allen drei Downs, das heißt gegen den Lauf, gegen den Pass, in allen Situationen auf dem Feld sein, athletisch genug, hat bei Bama teilweise in Man-to-Man-Slots covern müssen. Und wie gesagt, Alabama spielt in der SEC, deswegen, da sind die Slot-Receiver auch gut, beziehungsweise alle sind gut in der SEC. Running Backs natürlich, Titans und sowas, und das kann er alles. Gegen Titans ist dann die Größe vielleicht schon eher ein Problem, weil wenn du dann auf einmal so ein 6-6-Titant hast oder sowas, und dann steht da 6-Fuß-Christian-Harris, da muss er dann mit seiner Athletik sich zu helfen wissen. Hat er auch definitiv am College und ich denke, das wird so weitergehen in der NFL. Sicherer Tackler. Ansonsten, ich weiß gar nicht genau, was ich großartig noch zu ihm sagen soll, weil viel wirklich schon bei den anderen erwähnt wurde, was er gut macht, was er schlecht macht. Es deckt sich viel mit Brian Asamoah, bloß auf einem höheren Level, würde ich sagen, und dass er mehr machen musste. Oklahoma-Defense ist auch nicht einfach, aber Alabama ist halt Alabama. Und was ihn jetzt so ein bisschen über Devin Lloyd gebracht hat, ist halt wirklich, dass er in der SEC gespielt hat. Das ist natürlich ein kleiner Fehler von mir, sage ich mal, und je länger ich scouten werde, umso besser werde ich da auch hinkommen. Aber ich habe teilweise wirklich noch ein bisschen Schwierigkeiten, Leute einzuschätzen, die nicht gegen die beste Konkurrenz gespielt haben. Das heißt, selbst so Leute wie Devin Lloyd, Chad Mummer, die halt bei großen Colleges gespielt haben, aber nicht in der ACC, nicht in der SEC und sowas, nicht in der Big Ten. Teilweise fehlt mir da wirklich ein bisschen vielleicht die Erfahrung, ich weiß es nicht. Bei FCS Prospects ist es dann natürlich noch krasser. Aber ja, deswegen habe ich gedacht, Christian Harris hätte ich persönlich lieber im Team als ein Devin Lloyd. Wenn man jetzt sogar noch davon ausgeht, dass Devin Lloyd deutlich höher gedraftet werden wird, dann halt erst recht so, weil mit Christian Harris auf 32, den ja die Lions haben, oder auf 34, den die Lions haben, wäre ich super, super happy. Und mit Devin Lloyd natürlich auch. Aber ich sage mal, Devin Lloyd auf 10 oder 12 oder so, da würde ich mir vielleicht schon denken, könnte ein bisschen Risiko sein. Und bei Christian Harris bin ich mir einfach sicherer, dass er funktionieren wird in der NFL. Aber wie gesagt, nochmal die Nummer 1, 2 und 3 Linebacker auf meiner Liste, alle super nah beieinander. Mein Nummer 1 Linebacker, wisst ihr natürlich alle, wer noch fehlt, ist eine Kobe Dean aus Georgia. 5 Fuß, 11 und 2,29. Mit 2,29 sehen wir ja, er ist ganz, ganz wenig schwerer als Christian Harris und Brian Asamoah zum Beispiel. Aber 5,11. Das ist halt auch nicht viel kleiner als 6 Fuß, das ist halt das da drunter. Aber eine 5 vorne als Linebacker ist schon echt nicht so geil. Und deswegen fällt er auch gerade die Draftboards runter. Und das ist was, was ich persönlich echt geil finde. Also es ist nicht gut für ihn. Aber wenn ich teilweise Mockdraft sehe, wo die Lions ihn auf 32 kriegen, dann denke ich mir, was zum Teufel ist da schiefgelaufen? Wenn wir den auf 32 kriegen, dann mache ich hier bei mir in der Wohnung einen Backflip. Und ich kann keinen Backflip und breche mir zu Not den Hals. Mir ist voll egal. Den auf 32 zu kriegen, das wäre wirklich kriminell, wenn er an 31 Teams vorbeigeht. Das kann meiner Meinung nach nicht wirklich passieren. Aber ey, ich bin komplett da dafür. Ich hoffe es. Für mich zumindest und für die Lions. Für eine Kobe Dean wäre es natürlich doof. Aber wow. Also das ist ein bisschen sowas, was wir gesehen haben mit Jeremiah Wosokora Moa letztes Jahr. Wo auch viele gesagt haben, mh, Undersize, am Ende geht er in der zweiten Runde zu den Browns und spielt extrem gut. Ich denke, das gleiche wird mit einem Kobe Dean passieren. Der wird irgendwo vermutlich eher Mitte bis Ende erste Runde gedraftet werden. Und am Ende, oder Ende erste Runde, und am Ende des Tages wird man in zwei, drei Jahren drauf gucken und sagen, wie konnte der so weit fallen? Wie konnte der nicht an 10 bis 16 gepickt werden irgendwo? Also, der macht halt alles wirklich richtig gut. Das Einzige, was man ihm, was man als Negatives ankreiden kann, ist die Größe. Und das ist halt wirklich auch nur ein Problem, wenn er gegen große Tiedents oder sowas gematcht ist. Dann sieht man teilweise, okay, so blöd es jetzt klingt, wenn der Ball hochgeworfen ist, da kommt der halt einfach nicht ran. Und er ist ein sehr, sehr guter Athlet. Ihr werdet gemerkt haben, ich habe keine 40-Zeit gesagt, weil er beim Combine nicht gelaufen ist und beim Pro-Day nicht gelaufen ist. Was ich, glaube ich, auch ganz clever finde, aber da kommen wir gleich drauf. Und alles andere macht er wirklich, wirklich richtig gut. So. Und vor allem finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass bei Christian Harris zum Beispiel und bei Brian Asamoah, da sehe ich fast nie dieses Undersized. Und die sind halt so ein Stück größer. Also, come on, das ist ja nur wirklich, das ist nichts. Aber gut, vielleicht kommt da auch mein, keine Ahnung, Napoleon-Komplex durch oder sowas, als jemand, der 5'8 ist. Und ich denke, du kannst alles mit ihm machen, du kannst ihn blitzen lassen von Anfang an. Denn auch wenn man immer dieses Undersized hört und denkt, oh, zu klein, zu leicht. Zu leicht ist er halt definitiv nicht. Da könnt ihr euch auch Tape angucken, wie er teilweise einen SEC-Line-Man, also Offensive-Line-Man, reincrasht und die sind auf einmal einen Schritt weiter hinten und sowas. Und anders als ein Christian Harris und ein Lloyd hat er danach einen Plan. Fast nie Broken Tackles. Er ist super schnell, super instinktiv. Und das ist eine richtig gefährliche Kombination. Wenn du athletisch bist und instinktiv und dazu anscheinend noch extrem hohen Football-IQ hast beziehungsweise sehr, sehr viel Tape guckst. Das ist eine miese Kombination. Denn mit dem Knowledge vom Tape, mit dem, was du weißt, plus deinem Instinkt, bist du gefühlt sowieso immer schon mal schneller als alle anderen. Und wenn du dann noch ein Athlet bist und wirklich schneller bist als alle anderen, dann ist es halt vorbei. So, und dann kannst du auch ganz alleine komplett Plays der Offense kaputt machen. Das ist der Impact, den eine Corbidine haben wird, meiner Meinung nach in der NFL, den er auf jeden Fall hatte am College. Er hat auch nicht umsonst den Budgis Award gewonnen für den besten Linebacker am College Football. Und jetzt ein bisschen diese Frage, ich sage die ganze Zeit, er ist ein guter Athlet und sowas. Warum ist er nicht die Vordi gelaufen? Weder beim Combine noch beim Pro Day. Er hat sich anscheinend eine Muskelverletzung am Brustmuskel zugezogen. Pectoral Strain. Strain ist halt immer so ein Ding, das hat sehr, sehr viele Gerade. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Theoretisch, wenn man Strain hört, denkt man immer an Zerrung. Und wenn er sich einen Brustmuskel, also es passiert beim Training für ein Combine, also ich nehme an beim Bankdrücken. Wenn man sich da jetzt einen Brustmuskel zerrt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich ein Grund ist oder ein ausreichender Grund ist, um den Vordi-Jahr-Dash nicht zu laufen. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass Nekobi Dean einfach keine unglaublich krasse Zeit gelaufen wäre, sondern halt auch irgendwo in den 4-6ern oder sowas. Was jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussehen würde dieses Jahr, wenn wir so viele krasse athletische Linebacker haben, die in den 4-5ern, 4-4ern und sowas laufen und dass sie deswegen gesagt haben, hey, auf Tape sieht man, dass ich schnell bin, ich habe eine krasse Playspeed, ich bin jetzt nicht der Beste bei einem normalen einfach 40 Yards geradeaus rennen und warum soll ich das dann machen, wenn mir das am Ende sowieso nur schadet, denn wenn ich es nicht mache, sind Teams letztendlich darauf angewiesen, damit zu gehen, was sie auf dem Tape sehen. Da sehe ich schnell aus, ich bin schnell, deswegen laufe ich nicht. Oh, ich habe mir einen Brustmuskel gezerrt. Ich denke, so eine Sache ist es, aber ich halte ihm das ehrlich gesagt gar nicht groß vor. Aber auch da wieder, ich bin jemand, der notorisch wenig Wert legt auf generell den Combine, auf Combine-Werte und erst recht auf den 4-4-2-1-Dash. Ich finde, der ist kategorisch überhypt, auch absolut logisch, ich weiß, wo es herkommt, aber ich finde es wirklich nicht so wichtig. Wenn jemand schnell aussieht, wenn er Football spielt, dann ist er schnell, wenn er Football spielt, egal ob er dann eine verhältnismäßig langsame 4-4-2-1-Dash-Zeit hat. Deswegen, eine Kobe-Dean, obwohl er ein bisschen anders heißt, das streite ich nicht ab. Absolut mein Lieblings-Linebacker in der Draft-Klasse, mein Linebacker Nummer 1 und er sollte auf keinen Fall zu den Lions fallen auf 32 und wenn doch, dann hoffe ich, die nehmen den und machen keinen Quatsch. Alles klar, wir gehen nochmal kurz die Liste durch. Wir haben auf 5 Linebacker Brian Asamoah aus Oklahoma, gut, dass ich Linebacker nochmal dazu gesagt habe, ist ja nicht so, als wäre es ein Linebacker-Video. Auf 4 haben wir Chad Mumma aus Wyoming, auf 3 Darren Lloyd aus Utah, auf 2 Christian Harris aus Alabama und auf 1 eine Kobe-Dean aus Georgia. Nochmal, die Lücke zwischen 3 und 4 ist meiner Meinung nach die größte, die wir in den ersten 4-5 Runden haben werden. Ansonsten wird es immer graduell so ein bisschen schlechter und die einzige wirkliche Lücke, wie gesagt, meiner Meinung nach, zwischen David Lloyd, Christian Harris, eine Kobe-Dean und dem Rest. Alles klar, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid. Nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.